Ausm Internet. Ja, die Dienste halt. Welche Dienste? Ja, du weißt schon. Nee, sag mal. Ja, ich weiß nicht, oder? Also wenn du möchtest, dass ich, dass du deinen Sack mit Nuller voll mitkast und mein Hund dir das, ne, dann kostet das 25 Euro. So, wenn du, wenn ich dich hier auspeitschen soll und dich Freezer nennen soll, ne, dann kostet das schon ein bisschen mehr. Ach. Ja. Äh. Ja. Was ist sonst noch im Angebot? Ein Angebot? Ja, ich, ja, ich könnte dir die Nase brechen und das ganz frei Haus auf jeden Fall. Nase brechen ist bei uns frei Haus. Das gilt als gratis. Aber dafür muss noch eine, eine Sache, äh, müssen, müssen sie noch was nehmen, was Geld kostet. Wie erstattest du? Und, verstehst du? Ich erstatte dir das Nase brechen gratis. Du bist doch grad beschäftigt, oder? Wie? Nee, 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 nee. Doch, du hast grad Kunden bei dir, oder? Nein, ich hab hier keine Kunden. Ach so. Machst du das selber, oder? Hä? Bist du der Freier, oder machst du das selber? Ich mach das alles selber. Ich bin sozusagen die Domina. Ach so. Ja. Ja. Okay? Und wie, wieso machst du sowas? Wie? Ja, ich mag es, andere Leute zu beglücken. Du beglückst die? Ach so. Ja. Und das ist dir nicht irgendwie fremd, also... Wie fremd? Ja, das ist dir irgendwie nicht... Ach, früher, guck mal, wo ich früher klein war, da hab ich auch immer Leuten in die Fresse gehauen. Ja, nee. Und da hab ich gedacht, da ich das so gut gemacht hab, vermagte ich das. Ach, das ist... Du hast quasi ne Ich-AG gegründet, oder? Ne Ich-AG? Ja. Ja. Ja, weißt du überhaupt, was das ist? Wieso hast du jetzt wieder gestottert? Wie gestottert? Ja, ich weiß, was ne Ich-AG ist. Ja, und... Hab ich mir selber aufgebaut, ja. Ja, hast du selber... Und wie ist es mit der Sozialversicherung? Ist scheiße, wenn du dann so einen Penisbruch geleidest? Wieso ich einen Penisbruch? Wenn, dann kriegt der andere einen Penisbruch, und was er damit macht, ist seine Sache. Ach so, und wenn er dich anklagt? Wie, anklagt? Kann er ja nicht. Er unterschreibt ja erst mal einen Vertrag. Ach, und das ist schlau. Das ist echt schlau. Ja, natürlich. Ja, hast du auch Mitarbeiter? Hä? Hast du auch Mitarbeiter? Mitarbeiter? Ja. Ja, ich hab hier die robuste... äh, äh, Franzi. Ah, die robuste Hand hast du von mir. Ne, robuste Franzi, ja. Robust, achso, ja. Du hast meine Kollegin, also, die arbeitet für mich. Die, achso, ich dachte nur Gaze-Only. Ne, 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 also Franzi ist... Also, die hat schon... Also, die hat ein... Sie hat ein Darmbad und hat auch...